Heute ist endlich wieder soweit. Heute endlich eine neue Episode von Nicht lachen. Luca hat mir wieder eure Clips zukommen lassen. Die Spielregeln sind wie jede Episode gleich. Ich schaue mir gleich eure Clips an. Ich darf währenddessen nicht lachen. Dasselbe gilt auch für euch daheim. Ich würde sagen, erster Clip, let's go. Ach ja, falls ihr mal auf Toilette wollt, hier ist das Gäste-WC. Ich will deine Ruhe haben, wenn ich zu lachen. Deine muss man will Ruhe haben. Wir bleiben drin, wir machen noch einen Spin. Der war gar nix. Ey, wir haben nur noch 4 Euro. Ich soll euch mal die nächste Monatsmiete zahlen. Wie willst du mein Gehalts? No fraud! Ich muss schon sagen, die Nico-Memes zur Zeit zu Littmann. Hallo, ich bin der... Hallo, ich bin der Eimer des Vertrauens. Salam alaikum, Freunde! Ja, wala geht schüttem. Ja, svala halalala. Salam alaikum, Maschallah, Freunde. Aha! Oh mein Gott! Was ein unglaublicher Fund. Alte Sprach-Memos von Marc Gebauer, als er noch ein Kind war. Salam alaikum. Rahmetullah wa barakatuh, meine Freunde. Hier ist wieder Marc Gebauer. Schaut kussel. Alter, das ist dumm. Google, sehe ich da nicht mein Gesicht? Change my cinema. Love for us fun. Ja! Hihihi! Du sch... Knossi auch. Also ich habe jetzt mal selber dummer Streamer gegoogelt und ich muss zur Montes Verteidigung sagen... Hallo. Ach man, lass doch das Lied. Mein Name ist Buddy, but you can call me any time. Willst du mich buchsen? Was? Willst du mich buchsen? Komm her. Du willst her. Komm. Du willst, was ich will. Lass uns ficken, sie einmal. Du willst her. Komm her. Du willst her. Komm, Hand auf den Weg, dann. Du willst her. Ich wollte eigentlich noch bei Leroy reinschauen. Schauen wir uns Leroy morgen an. Ich hätte bei Leroy eigentlich noch reinschauen wollen. Aber es läuft ja nicht weg. Oha! Simon, der Ehrenbruder, absolut grenzwertig unterwegs. Und ich hoffe auch, dass Tanzverbot die Raute einzuholen konnte. Hi, woran denkst du, wenn ich Corona sage? Ähm, Bier. Hä? Oben in der Süd. Oben in der Süd. Das ist geil. Ich liebe, ich liebe einfach, wenn du die Arbeit mit der Hand erledigst. Es gibt nichts über einfach richtig geile, schwere, modulare Handjobs. Trimax? Das hier? Es ist von Ufo. Nee, von Stay High. Bitte. 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 Trimax! Du alter Ganobe. Egal. Oh no. Ich bin rei... Ich bin rei... Dein Name ist? Jasmin. Chris. Hi. Jasmin. Ich bin Chris. Ach so. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch die Clips gefallen haben, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Bitte sendet auch eure Clips wieder an diese E-Mail-Adresse hier. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruder basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt. Montana Black. Montana Black. Memnu Jille. Memo Schööchen. Se Reffe. Menjim Abi. Ich heiße... Menjim Abi. Fingen Odem. Ach, scheiße. Fingen Odem. agen. Freundschafts. Versp Rebel.